Hey Freunde, ich bin's wieder, euer Losef am Start. Lange ist her. Heute mal was ganz Besonderes. Ich spiel nicht mit Kaiji Hardy. Nengen, wir führen gerade ein Duell. Blöderweise hat das erste Match gewonnen. Das geht gar nicht. Jo, äh... Wie gesagt, leider ist schon eine Weile her und da ist er weg. Und, ähm, ja, aus... Das hab ich gesehen, aus dem Siegensbewerbten ging es leider nicht anders, deswegen ist jetzt leider eine Weile her, seitdem ich das jetzt in einem Match war. Och, der blöde Hund, ey. Und deswegen, dass ich starte mal wieder in der Aufnahme, da ich Zeit habe. Und, jo. Da sitzt der Hund da hinten und snipet, ey, ich fass das nicht. Ich snipe nicht mal, Junge. Das ist... Hup! Ich hab dir mal gezeigt, ich hab einmal nur geballert, ey. Ich hab... Ey, diese AFS-SKS, die ist so geil. Die ist halt so ne geil, ey. Oh, noch erwischt? Was? Nein! Doch, das war, das war, das war wirklich der Nice-Battle. Gut, du möchtest wieder ein Nice-Battle, wir gehen wieder auf Werfer-Battle. Ich muss doch am Arsch, will man mit deiner Scheiß-Fakete, weil ich so wieder hier weggehe. Oh, scheiße. Aber es darf keinen Seitenwechsel sein, also du musst auf deiner Seite bleiben. Oh, scheiße. Ich hab's noch kommen sehen. Hm. 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 Ich bin' noch so. Soll ich dir, schreibt gerne mal in die Kommentare, wenn ihr erzählt dürft, ob ihr auch ab und zu mit eurem Freund mit einem Duell gegeneinander ausführt. Näh, näh, du musst auf deiner Seite bleiben, Junge! Nicht jetzt einen Seitenwechsel. Dann gehe ich eben wieder zurück. Habst du gerade... Ich bin der Smartphone, Alex. Was? Wie hast du mich jetzt getroffen, Alter? Ich bin direkt gegenüber von dir, Junge, aber ich hab dich gesehen. Ohohoho, das war knapp. Erwiss! Ja, Spannenduell, du-du-du-du-du-du-ell! Das ist richtig spannend, weil... Wieso, ich kann's euch empfehlen, wenn ihr mal mit eurem Kumpel COD zackt, macht mal ein Duell, Alter, das ist geil. Ihr habt immer was zum Lachen, ich... ich weiß was. Ja, die spielen nicht auf dem... die... weißt du? Ja, die spielen sehr viel auf dem Mobilgerät, aber ich denke mal nicht so viele. Für die, die auf dem Mobilgerät spielen, ich empfehlen's... ich empfehle's wärmstens. Alter, du schlägst da rum und ich treff' dich nicht mal. Okay, das war jetzt so hart an den Schrauben, ihr könnt mir denken, ich hab gesoffen, ey. Oh, gut, du bist auf die Seite hier. Ganz so warm. Oh, das war knapp! Leck mich gar, komm aus, ey. Mein Gott, war das eng. Nein, da hat er mich noch erwischt! So, ey, Hundste! Das gibt's doch gar nicht. Achso, im Übrigen, ich hoffe, dass die Autofunktion wunderbar funktioniert. Ich benutze nämlich ein Headset und hab das noch nie mit Headset ausprobiert. Deswegen... Ey, ihr steht immer laut, weil wir macht's bald. Sie fragen sich immer, was sonst abgeht. Alter, alter Schwede, was war das denn? Das war ne Reagete. Ja, ne, aber die sind beide irgendwie aneinandergebracht. Ne, das ist gar nicht. Ne, das ist gar nicht. Ist denn da? Geh mal nach rechts? Genau. Ne, ich steh drin. Und da das aber ich bin ich. Seid mal. Bleib mal stehen, mach stehen, Mann. Dann geh doch nicht nach links, Junge. Mehr als links in die Ecke nach Korb. Los, geh in deine Ecke. Geh ich doch. Geh in deine Ecke. Ich krieg so... also ich... bin sogar... ach scheiße. Ah, das wusstest du natürlich. Heiße Phase, das war Heiße Phase. Keine Ahnung, was Heiße Phase ist, ich weiß es nicht. Ach, der Timer läuft ab. Du hast einen Timer, der nicht eng steht. Ich hab sowieso gewarnt, also wenn du willst, wir können jetzt mal... auf engstem Raum. Wie hab ich den denn nicht getroffen, ey, Mensch. Nein! Da hat er mich noch erwischt! Okay, we spawned yet. Na, jetzt muss ich dann erstmal wieder auf meine Plattform gehen. Ey! Du hast sie gar nichts zu suchen, Junge! Mua! Du, du, du bist deine scheiß Plattform, alter! 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 Ich hab Kurios, ey! Boah! Alles Kurios! Boah! Das geht ja gut! Im Übrigen, Leute, schaut mal in die Kommentare. Ich möchte eins wissen. Gefällt es euch lieber, wenn ich Videos mit ihm zusammen hochklade? Oder ob ich das einzeln mache? Also mal Solo-Battle. Das würd ich gern mal wissen. Und dann kann ich jetzt... Also mal einfach so viel machen Video und gut aus. Bitte? Du solltest nicht so viele Leute fragen, sondern einfach ein Video machen. Mach ich doch. Jetzt bist du jetzt gegangen? Ja. Jetzt bist du einfach gegangen? Hm. Weiß ich auch. Weiß ich auch. Weiß ich auch. Das freut mich. Ich hab gerade noch was extrahiert. Da musst du mehr essen. Wenn du zitterst. Ja. Oder einfach mehr Sport machen. Wie er hier ist. Sport. Das wäre sinnvoll, ja. Ja. Das wäre sinnvoll, ja. Angebe, Alter. Ja. Sowas von... von der Angeber. Crash Team Deathmatch. Ich entschuldige die Essgeräusche für alle, die jetzt noch nichts essen können. Weil die mal wieder gehofft haben. Und die sind hier mal random, oder? Wahrscheinlich heute sogar noch. Ja. Aber... Ich glaube nicht, dass... das... gehört wird. Ich weiß nicht, also... Ob man dich jetzt... Essen hört, aber es dir wurscht. Wenn du Hunger hast, hast du Hunger, Mensch. Ich bin übrigens direkt hinter dir, Kumpel. Dann hol den mal bitte. Dann hol den mal bitte. Dann hol den mal bitte. Hab ich. Tja. Dann brauchst du hier ne bessere Waffe, Mann. Mhm. Oh. So. Get down. Sniper hab ich noch gehört und dann läuft weg. Mhm. Mhm. Äh. Das ist ja meine. Von zwei Helden, das ist aber ganz schön nüsse Leute hier. Ja, ich hoffe. Ich hoffe nur, dass ich nicht zu hoch bin. Ich hoffe nur, wenn ich nicht zu hoch bin... Ja, ich glaube nicht. Alter, boll, Mann, ey! Ja, ich bin zu hoch. 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 Ich bin zu hoch. Du hast es, was. Ja, bei mir ist es auch gerade kurz noch. Was? Das gibt es doch nicht. Das ist doch nicht. Was? 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 Der blöde Hund hat mich geschreckt. Warum höre ich die nicht? Wieso? Äh, jetzt bleib nach hinten, Jungs. Na gut, das war... ...so gar nichts. Was? Wie heißt es für ein Mal, von wie lebt man manchmal gewinnen muss? Ja... Genau. Ja... Ähm... ...soll er liegt aber auch daran, weil ich ähm... ... mir jetzt gerade noch das Problem herlaufen hatte und deswegen höre ich ein bisschen leider. Ähm... ...weil ich das nicht bin auf der Herbst, das war. Du musst uns ein bisschen la... äh... ...n bisschen lauter machen uns zur Reise. Ja, das Problem ist ja, dass du überspielt ja. Ja... Ich höre schon alles auf, Maximum. Hast du denn den Kopfhörer zu leise gemacht? Ähm... ähm... Sag mal ne Zahl zwischen 1 und 10. Sag mal ne Zahl zwischen 1 und 10. Entschuldigung. Ska... ...schon wieder Crash? Hm... hm... ...es halt kein Zufall mehr, leider. Das haben wir ja rausgepatcht. ...wenn du 2 Modis auswählst, hast du die ganze Zeit zufall. Ja, aber zwischen den Modis dann auch noch. Ich spür Zufall. Ich stehe ganz ehrlich. Er ist fertig. Er ist in der Mitte, das ist auch in einer Kiste. Okay. Dann holen Sie doch. Written... Der Diefen! Der Drilligmat? Schlagen Sie mich in der SG-1. Der Drill validate mal. All's, Y 떨어�ział. Was ist der größte genannte? Ich habe jetzt eine Branche mit einem Schraubmann in die Luft. Und ich bin mit dieser Reaktion. Vergesstankte aus! Das ist der größte Schraubmann mit einer conservationen Eickering. Immet eine Granate, ich sehe nichts. Immet eine Granate! Ich habe jetzt einen Versuch in die Luft! Ich habe jetzt einen Schraubmann, ich sehe nichts. Hier keine Mönchung mehr So ein Scheiß Scheiße, Mann. Scheiße, Mann. Scheiße, Mann. Ja, ich bin auch gerade im Gebäude drin. 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 Oh, aber... Ich hab mal die falsche Waffe... Die Frontline. Hey, ich hoffe, das ist okay. Ich hab grad irgendwann ein Pistol Platz gemacht Untertitelung des ZDF für funk, 2017 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 Ist die Blumen ein wenig schön? Nee, nicht so. Kupfen bringt euch gar nichts. Ich glaube nicht so, er will überfeiten, stört am Ende. Na gut. Du benutzt einen Schwarm? So, dann stecken wir alles schön. Warte, was? Ich muss dir mal angucken. Da steht ein Tor. Ne, da kommen die nicht durch. Schießt so. Guck, 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 da. Ich hab's nur gerade übersprungen. Ich hab persönlich doppeltipp gemacht. Ich hab 17 Kills gemacht, davon die meisten mit ner Pistole. Ja, das ist belastend. Ja, das ist eigentlich nicht belastend. Wieso ist das belastend? Für die Gegner. Wenn sie zu doof sind? Kann ich dafür? Nein, nicht das. Ach, wollt ihr da eine Minute spielen? Ja, jetzt auf einmal wollen sie. Ja. Ich hab noch nicht. Mhm. Eventus, eventus, eventus. Das ist das. Ja. Ja, ähm. Ich hab's mal. Plangebäck zum Klammer. Den auch. Vielleicht? Warte mal kurz hier. Dann mach mal, warte ich. Warte kurz. Kannst eine Einladung schicken. Okay, okay. Un momento, signo. So, mein Lieben. Das war's für heute erstmal. Ich hoffe, ich hab den nächsten Tag auch wieder Zeit nochmal ein Video zu machen und auch hochzuladen. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Lasst ein Like da. Abonniert. Und wenn ihr nichts verpassen wollt, aktiviert die Glocke. Und wir sehen uns zum nächsten Mal. Ciao.